Die AfD ist für uns keine demokratische Partei. In der Partei können Rassisten und mittlerweile auch Neonazis sich wohlfühlen. Mein Theater ist natürlich hier sehr flot. Für die letzte Reihe und so. Auch die Sprache muss da nicht werden. So und es ist einfach explosiver. Fische, Tiere des Wassers sind hier als Leitmotiv auf die Sammelungskleiden gekommen. Sie werden gleich den Haugentaucher, den Klauenfisch und andere Dinge sehen, die die Kinder zu bestimmten Sammelungskleiden führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017